Oh, da sind ja viele, da sind 5, 6, 7 Na, viel Spaß Ich renne voll in die falsche Richtung, Alter Schüsse, kommen die von dir? Ne, da oben von dem Haus Ich bin hier angeschossen Ich bin hier vorne kurz in den Busch, äh, ich fahr zu mich eben Hast du gesehen, woher die Schüsse kamen? Nein Das sind verbündete LKWs, die sind grün Und da vorne die Leute an dem Haus sind auch verbündete Ja, ok Wir werden auf der Karte aber feindliche Patrouillen angezeigt Ich renne weiter in die Richtung Wo bist du jetzt? Du bist seit vorne Hinter dir Ok, hier müssen irgendwo Patrouillen sein Aber ich seh keiner Kannst du irgendwas ausmachen? Weißt du, wie man den Entfernungsmesser nimmt? Mit welcher Taste Weißt du, mit welcher Taste man den Entfernungsmesser nimmt? Mit B Okay Okay Okay, check Okay Ich hab hier keine Aufklärung Äh, lass mal weiter in die Richtung Sonst, äh Unseres Vantage Points Okay 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 Vielen Dank. Da drüben ist eine Patrouille. Komm her. Man hält nicht still. Die sind auf... Auf... Ungefähr 200 Meter musst du anhalten. 160, 170. Die sind auf... Leg dich nunfalls auf den Stein drauf. Noch haben sie uns ja nicht gesichtet. Sie sind mit dem Rücken zu uns. Die sind jetzt hinter Bäumen. Du kannst nicht mehr wirken gerade, oder? Ich sehe sie trotzdem noch. Ich bin schießen. Aber ich muss mich noch beruhigen. Liegst du schon? Oder hockst du nur? Ich liege. Hier ist eine Lücke. Okay, gut. Jetzt sind es mittlerweile 250, ne? Zu hoch, Stück. Den hast du getroffen. Aber das ist Buggy. Du triffst den Boden die ganze Zeit. Den nimm liegen noch beim Hund. Den kriegst du noch. Ich habe Sicht verloren. Lacken die bei dir auf dem Boden. Ja, ja. Komm weiter vor. Ich gucke gerade. Oh. Ob ich sie sehe. Da hinten sind sie. In der Bergkuppe. Sie rennen jetzt links runter. Ich glaube, da kannst du nicht mehr wirken. Wir müssen uns weiter links umgehend verschieben, damit wir die sehen. Achso, du bist da oben. Das ist natürlich auch praktisch. Siehst du sie? Ja. Ah, doch. Ja, ja, doch. Da hinten. Warte, ich gebe dir eine Entfernung. Wenn nicht. Warte, da hinten ist einer. Ich sehe leider seinen Kopf nicht. Wenn die mit der Taschenlampe rumgeraden, ja, ne? Boah, was denn? Die vorhin hatten auch Taschenlampe. Warte, warte, die kommen gleich. Die rennen hier noch rum. Die müssen hinter den Bäumen weg. Da kann ich sie nicht lokalisieren. Die sind 200 Meter. Die liegen bis hin hinter der Tanne. Deine steht wieder auf. Der rennt runter. Ein Stück nur. Die verschanzen sich da. Da. Da, vorne ist er. 280 sind es. 150. Jo, der ist tot. Er schießt, er schießt. 150, jo. Ich will auch mal wieder die Waffe raus. So, lass mal wieder alte Positionen einnehmen. Ich mache wieder Süd-West. Oh, Quatsch. Das ist nicht mehr Süd-West. Doch. Ich nehme wieder Süd-West und du wieder Nord-Äh, Ost, ne? Ja. Ja. Jetzt habe ich gerade die Frequenz verstellt. Kannst du sehen, was der Vantage Point ist? Nee, der ist unten am Berg. Den hat man runter. Okay, dann lassen wir uns hier mal langsam runtergehen. Warte mal, kann man hier überhaupt runter? Du brechst mir die Beine. Ich, äh, ziehe es vor, mir nicht die Beine zu brechen. Nee, sie sind steil. Ich habe meine Kletterausrüstung nämlich heute vergessen. Trüben auf dem Berg, siehst du es, aber die Hütte steht bei dem Helikopter sind jetzt. Ja, ja, warte. Ich kann mich scopen, der wackelt so stark. Ja, leg dich doch hier oben auf die Fläche hin. Also meiner schlendert jetzt noch zu dir. Kannst du sie sehen? Nee, ich sehe gar nichts. Weil? Weil der so stark hoch und runter wackelt. Okay, warte. So, wo hast du sie gesehen? Sarah, sag mal ne... Beim Heli in der Nähe. Beim Heli... Beim Heli in der Nähe. Gib mir mal... Gib mir mal ein Kompassgradzahl. Ja, das ist nicht so. Da ganz oben, okay. Nee, da unten läuft gerade einer. 600 Meter hat er krank. Oh, da sind ja viele, ey. Da sind 5, 6, 7... West! Na viel Spaß! Warte, ich gib dir die... Der an dem die Schütze oben? Ja, wo wir mal anfangen. Warte mal, da sitzt... da sitzt einer so blöd. Siehst du den rechts? Ja. Der sitzt... der sitzt auf... Warte mal... ...auf 700m. 680 sind's. Okay. Ich muss noch warten. Oh, warte du mal. Wie unterstützt dich da mal? Ach. Falsch in Ferien. So. Oh, ich bin gar kein Rap. Wehe. So, meiner hält stockstill gerade. Meiner noch nicht irgendwie. Im Helikopter sind auch zwei. Wie gesagt 683m sind's. So. Versuch's nicht mal zu treffen. Versuch's. So. Versuch's nicht mal zu treffen. Versuch's. Auf den anderen NG-Typen, ne? 670. Auch tot. Ne. Er krabbelt auf 680 auch. Aber der eine zielt schon zu uns, den kannst du super neben den LKWs wegholen. Sind's auch 680 Meter. Der liegt ganz still und bewegt sich nicht. Jo. Ist tot. Der eine ist hinter die LKWs gekrabbelt. Ich zoome mal raus. Kurz gucken. Hinten krabbelt auch einer. Scheiße da. Und er ist auch weg. Der Heli bewegt sich. Er fliegt auch von uns weg. Hoff ich. Die landen da unten an unserem Punkt. Kannst du den Helikopterschützen von hier aus töten? Sind 340 Meter. Tot. Beide tot. Jawoll. Sehr gut gemacht. So. Jetzt hatten wir hier noch... Exfiltrate. Kill the target. Okay, das haben wir soweit. Ähm. Da robbt einer am Haus oben. In unsere Richtung. User joined your channel. Hey Musis. Ja jo. Hast hinten... ne... Zu tief. Das sind 700. Hast... ne... Haben ein Stück zuhört hin. Jo. Der ist tot. Ähm. Ach dann. Da unten rennt jetzt einer beim Stein. Ein bisschen tiefer. Auf ungefähr 670 Meter. Steht wieder auf rennt. Kannste vergessen. Ich versuche grad zu beobachten ob hier noch irgendwer anders war. Das waren nur noch ein paar mehr. Nicht dass die alle jetzt gerade in unsere Richtung tigern. Da kriegt noch einer an dem Feld. Ja. Das sind... 680. Ja der ist wieder im Boden drin. Ja ja. Jetzt sag ich den Typen der hier laufen ist vor... Äh da unten... Croucht einer. Und der andere geht langsam. Auf... Auf... 700 Meter nach links geht der. Wen schießt du? Der wurde unten rumgeschrieben. So. Links der dreht sich zu uns. Und geht langsam. Den durftest du auch kriegen. Das sind 700 Meter. Ich muss ihn erstmal finden. Ne, das Scope. Ach da. Da kriecht noch einer oben. Hm. Ich weiß. Ne, ne. Kriechen nicht. Der, der geht. Das ist ein einfacheres Ziel gerade. Der weiter links oder... Ja ja. Der jetzt hinter einem Stein lang geht. Der jetzt zu den nächsten Steinen läuft. Oder geht. Ach da. Ach kacke. Ich muss nachlernen. Hehehe. Hehehe. Was kommen noch Muni? Oh oh. Jetzt rennt er wieder. Nicht, nicht, nicht schießen wenn er rennt. Das ist, äh, Verschwendung. Krabbelt noch einer? Ah. Hast du noch Munition überhaupt? Einen Schuss. Okay. Den übernehme ich jetzt. Komm her! Was hatte ich gesagt? Ungefähr 700 Meter, ne? Ja. Ja. Der ne. Der andere, der geht. Kannst... Hast du... Rechts rennt einer. Ja ja. Hast du ne Entfernung für mich? Äh ... Warte. Ich hab vielleicht auch so ein Ding dabei. Scheiße Ich komme immer zu hoch, ich stehe runter auf 600 Getroffen Doch, der zeigt es mir an Der Typ, wo du schießt, steht auf 617 Jetzt ist er weg So, haben wir noch einen? Oder waren sie das? Ich glaube hier unten ist noch einer gekrabbelt, oder? Der da ist tot Siehst keine Bewegung mehr? Nee Gut, noch einmal in Ruhe nachgucken Und dann können wir uns weiter auf den Weg machen Doch, doch Wo? Da steht noch einer am Busch Warte 216 Entfernung, die nur Grazal 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 Am Busch Relativ weit unten, oder oben? Ziemlich weit unten, da wo die einzelnen kleinen Büschchen stehen Ich kann mich nicht aufklären Oben ist so ein größer, ah, der läuft nach rechts Neben den Bäumen Da, ich sehe ihn Da ist er Wie viele Meter sind das? Achso, doch, sehe ich selber 560 600 dürfte ich ja Fast treffen Mein, der ist er fast auf 500 Drunten Ja Was macht der jetzt? Er wollte sich verbinden So, tot So, den auch Räumen hoch auf Ammo Ah, ich brauche nur noch wenig Position Okay, dann lass uns zum Vintage Point Ich denke, das dürfte es gewesen sein Vintage, ich sage immer Vintage, Alter Kommst du? Nope Get in Get in Position Ach toll, wir hätten von hier snipen sollen Oh Ist egal, wir haben sich vorher kalt gemacht Dafür müsste man Englisch können Vantage Point bedeutet bestimmt auch irgendwas Warte mal, nee, wir sollen noch irgendwas anderes machen Nächstes Ziel steht schon fest 1,3 Kilometer von uns Ähm, oder? Ja Ich glaube, der Handy ist nicht mehr halb Ich gucke kurz auf die Karte HVT Location Okay, HVT Location Richtung Westen ist das Wir müssen Hier lang, ja, das ist da drüben, das Ding Da müssen wir hin Er zeigt mir hier in 1,3 Kilometern irgendwas an Ich weiß nicht was Gucken wir mal auf die Map Ach, da unten Warte, kurz gucken Aufgaben Exfiltrate Okay, wir müssen da unten wieder hin Wir sind hier durch Wo hast du Wo hast du Links oben auf den Berg Links oben auf den Berg 80 Hab ihn gesehen Hab ihn Stone Bist du verletzt? Leicht Ich hole mir den seine Waffe Alles klar Kommst du, wir müssen Richtung 160 Grad laufen Erbrennen unterwegs Ich gucke mal durchs Fernglas Ja Da robbt einer Wo Äh Warte Ich gucke kurz Ungefähr die Richtung Ist 2 60 260 Zwischen Ja, auf dieser Neige Vom Berg Neige Warte mal Ich hab ja noch Muni Ich hab ja noch Muni Scheiße Ich muss mich hinstellen Oh, ich sehe nicht Hast du noch einen Blick? Da Das sind 200 Zocker Wackelt der Alter Komm schon Tot Happen So, warte Ich gucke noch eben Weiter Ups Ich gucke noch mal eben schnell Finde ich doch nur irgendwo Okay, sonst sehe ich gerade keine Bewegung Oben ordentlich Bloß leicht Gut Dann gehen wir mal weiter vor Komm schon Gleich Ist klar Ach toll Ich hab wieder Fünf Schuss Für die Sniper Ja, du musst Immer die Magazine Auch durchgucken Das ist nicht so Dass der hier Dann immer wieder Die Munition Zusammenzählt Ich hab zum Beispiel In dem jetzt Vier Wenn ich jetzt Reloade Hab ich In dem nächsten Sechzehn Okay So, achso Apropos Ich Ich hab nicht mehr Viel Moon Ich sollte Vielleicht mal gucken Ob der ein paar Sechs Komma Wann mal Was hab ich Finde Ich glaube 5,56 5,56 Muni Brauch ich Hat dieselben Klamotten Wie ich An Hier Komisch Schießt Schießt Nein Schießt Stell dich mal so vor Mich bitte Dass ich Mir noch die Muni rausholen kann Von dem Komm mal ein Stück zurück Danke Halt Stop Reicht Wir müssen hier gleich weg Ich muss kurz die Muni nachgucken Wo er die Muni drin hat Da Okay Da hat jetzt ein paar Die müssen jetzt erstmal reichen Okay Steig ein Du siehst doch wo wir hin müssen Ne Ja Gut Wechsel mal auf Fahrzeugkanal Was weiter Boah man ey Wie Fahrzeugkanal Auf Punkt Pass auf Pass auf Ich schraute nicht die Kiste Fahr lieber langsamer Punkt drücken Wenn du auf Punkt drückst Wechselst auf Fahrzeugkanal Dann hört man uns außen nicht Weißt du Falls hier Feinde irgendwo Auf uns lauern Okay ich weiß jetzt auch nicht Ob wir so direkt Hauptstraße fahren sollten Na gut mit dem Truck bleibt uns nichts anderes übrig Denk ich mal Nee der ist nicht grad sehr wendig Was denn Was war das Was Bist du grad irgendwo gegen gefahren Nee Okay Hat sich grad ganz komisch angehört Ziel befindet sich Rechts 170 Meter Fahre mal rechts 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 hinter dem Zu dem kleinen Barackending So steigen wir aus Okay was hat er jetzt gesagt Auto 500 Meter nach Osten Osten Was ist hinter uns Die Richtung Kein Fahrzeug gesehen Okay lass uns mal vorsichtig weiter Da steht ne Wache Wechsel mal wieder Auf Gruppenkanal Was ist jetzt Seitenkanal Wie viele Gruppen Ja Hast du Hast du jetzt irgendwo Die Wache gesehen oder was Ja er ist tot Sehr gut Okay vorsichtig weiter Ich höre das Fahrzeug Hier auch irgendwo In der Halle ist wer Steht einer da drin Okay kann von hier nicht drauf schießen Ich nehm kurz das Visier und dann geh so rein Warte Vorsicht links sitzt noch Ja direkt hier bei uns Warte mal ich werfe ne Granate rein Komm raus Dann musst du die Tür aufmachen Weg da Ich hoffe jetzt mal Ich hoffe jetzt mal dass er tot ist Ist er tot? Ja sieht so aus Den da hinten interessiert es nicht groß Gut warte den lenk ich ab Er ist tot Hast du ihn getötet? Hast du ihn getötet? Nein Ich mein der mit der Granate Achso Ich lenke den ab Bei der Tür Ich schieße gleich auf die Tür Dann müsste es ja gleich zu mir drehen Denk ich mal Dreht er sich zu mir? Sehr gut Hast du ihn getötet? Hast du ihn getötet? Ja Komplettet all objectives given to you Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal